Also ganz einfach, du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah und du bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Das bezeuge ich. Jetzt machen wir das gemeinsam auf Arabisch. Wir versuchen es. Ich bezeuge, dass kein Gott, außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad, der Resul, der Allah. 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 Das ist eine Freude. Freude. Alhamdulillah. Möge Allah aus dir ein leuchtendes Vorbild für den Islam in diesem Land machen. Alhamdulillah. Alle hier sind deine Brüder. Und alle Muslime auf dieser Erde sind deine Geschwister im Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Was sagst du zu diesen Menschen hier? Was soll ich sagen jetzt? Ja, Antwort. Ja, ich freue mich endlich, den richtigen Glauben gefunden zu haben. Und das ist noch ein weiter Weg, den Koran und alles zu verstehen. Aber ich bin am Anfang und ich freue mich, dass ich endlich den richtigen Weg gefunden habe. Alhamdulillah. Takbir. Das ist eine Freude. Das ist froh. Elvis, du bist überzeugt vom Islam? Ja. Dass Islam die einzig wahre Religion des Allmächtigen Gottes ist? Ja, bin ich. Gehst du? Um den Islam anzunehmen, reicht nur ein Satz, was du aus Überzeugung aussprechen musst. Das ist das Glaubensbeginnis. Dass du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah, außer dem Allmächtigen Gott. Und dass du bezeugst, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Bist du bereit? Ja. Okay. Es steht Also sit Es steht Das ist building ein Bruder. Wir haben einen neuen Bruder im Islam. Möge Allah alle Menschen in Europa zum Islam richten. Du bist unser Bruder und da sind alle hier deine Geschwister im Islam. Du hast 1,7 Milliarden Geschwister auf dieser Erde. Ich fühle mich gut. Also ich glaube auf jeden Fall, dass ich hier richtig bin und das, was die wahre Religion ist. Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah? Ja, genau. Und du bezeugst, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Gesandter ist, ja. Und jetzt ich glaube, dass es nicht nur Gott, sondern Allah ist. Und ich glaube, dass Mohammed Mohammedan, Rasul, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Du bist unsere Schwester geworden. Möge Allah aus Dir ein leuchtendes Vorbild für den Islam in diesem Land machen, Inshallah. und inshallah, du hast so viele Schwestern jetzt bei dir, alle Frauen des Islam sind jetzt deine Schwestern, inshallah, sie werden sich um dich kümmern, inshallah.